Auch an der Katze des Dalai Lama geht die Zeit nicht spurlos vorüber, sie wird alt. Doch die in Ehren ergraute Schniele Winn ist immer noch genauso neugierig, naseweiß und wissensdurstig wie eh und je. Die Frage, die nicht nur unsere Katze bewegt, ist ein zukünftiges Leben mit Altersschwäche und Katzen, Keksen für Senioren zwangsläufig ein Grund zur Verzweiflung? Aber nicht doch. Denn eines ist dir klar, die zunächst erschreckende Erkenntnis, dass unser Dasein nun mal vergänglich ist, ist genau das, was wir manchmal brauchen, um uns das Schöne im Leben bewusst zu machen und das wertzuschätzen, was wirklich zählt. Mag die Hüfte auch etwas zwicken und der Gang etwas langsamer werden, Bodhika zwar erweckt jeden Tag die Neugier, Energie und unbändige Lebensfreude eines jungen Kätzchens in sich. Auf leisen Pfoten und mit viel Witz und Weisheit vermittelt die Katze des Dalai Lama buddhistisches Lebenswissen für alle, die zu innerer Gelassenheit und Freude finden wollen, egal, in welchem Alter. David Graumbach David Graumbach